Was ist an diesem verrückten Ort bloß los? In dieser Welt ist nicht so, wie es scheint. Gerade eben war noch alles anders. Völlig anders. Ich war bei meinem Bruder Charlie. Der Wahnsinn! Charlie, nee! Was passiert hier? Au! Ich muss meinen kleinen Bruder finden. Er sieht anders aus. Ich habe Superkresse! Bemerkenswert. Was für einen Namen trägst du, Krieger? Charlie. Ich hatte eine tiefere Stimme erwartet. Ähm. Hilfst du mir, Charlie zu finden? Jemand hat ihn entführt. Mit meinen Connections kann ich deinen Bruder finden. Null Problemen. Ich kenne sogar den größten Geheimagenten der Welt. Hier lang! Im Verlauf der letzten Monate wurden diverse Einwohner wie vom Erdboden verschluckt. Glaubst du, die haben auch meinen Bruder verschwinden lassen? Ich bin 100%ig fast sicher. Habt ihr Lust auf etwas Spaß? Kämpft in meiner Arena! Ich erkläre die Spiele! Tja! Eröffnet! Lasst die Bestie los! Er kommt, 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 er kommt! Ja, ich bin voll motiviert! Pizzeros Hubs! Das könnte jetzt gefährlich werden. Tag! Oh, fabelhaft! Lauf! Wir kommen dich holen, kleiner Bruder! Fantastisch! Ja! Ich meine, dabei kann man doch nicht sterben oder sowas. Selten so gelangt! Au! Ich liebe, liebe, liebe es! Alles klar, Charlie! Wir schaffen das! Ja! Wie kannst du in so einer Lage nur essen? Es hilft deinem kleinen Bruder überhaupt nicht, wenn du vor Hunger zusammenklappst. Hallo? Was sagst du, Mr. Fleischklops? Ich will maler kennenlernen. O, komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! ARD Text im Auftrag von Funk